Ein Mann namens Noah. Eine gigantische Arche und eine verheerende Sintflut. Die Geschichte von der Megaüberschwemmung gehört zu den verstörendsten Texten der Bibel. Ausgelöst durch den Zorn Gottes vernichtet das Desaster alles Leben auf der Erde. Nur Noah ist vorbereitet. Auf Geheiß Gottes hat er eine Arche gebaut. Für sich, seine Familie und eine Auswahl von Tieren. So steht es in der Bibel. Die biblische Sintflut. Zu fantastisch, um wahr zu sein. Ist das Ganze nur eine Legende oder gibt es einen historischen Kern? Seit Jahrzehnten suchen Wissenschaftler aus aller Welt nach handfesten Hinweisen. Als Vorbild für die biblische Naturkatastrophe. 40 Tage und 40 Nächte soll die biblische Sintflut gedauert haben. Nur Noah, seine Sippe und von jeder Tierart ein Paar haben sich auf eine Arche gerettet und bleiben von den zerstörerischen Kräften der Wassermassen verschont. Sie sind die einzigen Überlebenden einer Naturkatastrophe, die kurz nach der Erschaffung der Erde alles wieder zunichte macht. Das erste Buch Mose schildert das Chaos als Strafe Gottes. Das Buch Genesis wurde größtenteils im 7. Jahrhundert vor Christus in Jerusalem geschrieben. Auch wenn es später verändert und ergänzt wurde, der Kern stammt aus dieser historischen Zeit. Dass die Erzählung von der Sintflut in Jerusalem verfasst wurde, bedeutet nicht, dass sie in der Region auch stattgefunden hat. Das Buch Genesis verortet das Ereignis nicht. Klima und Landschaft im Heiligen Land sprechen eher gegen eine Riesenflut. Nicht nur in den Bergregionen ist Wasser seit jeher knapp, sondern auch in den Tälern. Und der Jordan ist schon immer ein kleiner Fluss. Die Idee zur Sintflutgeschichte muss woanders entstanden sein. Das britische Museum in London hütet einen Schatz, der in den Ruinen der Stadt Nineveh im heutigen Irak entdeckt wurde. Es sind tausende Keilschrifttafeln, darunter auch Tafeln mit dem berühmten Gilgamesch-Epos. Der Assyriologe Dr. Irwin Finkel gilt als ausgewiesener Kenner der Materie. Übersetzt wurde die Gilgamesch-Dichtung schon vor über 120 Jahren von einem gewissen George Smith. Ken zifferte, dass es eine Sintflut geben werde, die die Welt zerstört. Dass die Götter einen Helden auswählen, der ein Boot bauen soll, um den Fluten zu entkommen, damit danach alles wieder von vorne beginnen kann. Ich glaube, er hatte einen ziemlichen Schock, einen Text aus der Bibel, den er auswendig kannte, auf diesem merkwürdigen Objekt vorzufinden. Die Sintflutgeschichte im Gilgamesch-Epos. Entstanden um 1600 vor Christus, also rund 1000 Jahre vor der Sintflut im Buch Genesis. Die Entdeckung erschüttert die Welt. Die Bibelversion ein Plagiat. Damit aber nicht genug, denn ein noch älterer Sintflutmythos wird entziffert, das Atrahasis-Epos, datiert auf 1800 vor Christus. Und wieder dieselbe Geschichte, nur andere Namen. Die Bibel bedient sich beim Gilgamesch-Epos und das Gilgamesch-Epos beim Atrahasis-Epos. Wahrscheinlich die Niederschrift einer uralten mündlichen Erzählung, die noch weiter zurückreicht. Was aber wirklich spannend daran ist, all die literarischen Hinweise führen nach Mesopotamien. Dort müssen wir nach der Flut suchen. Die Zikkurat der Stadt Ur im heutigen Irak. Vor rund 5000 Jahren ein blühendes Zentrum im Süden des Landes. 1929 glaubt der britische Archäologe Leonard Woolley, dort auf Spuren der biblischen Katastrophe gestoßen zu sein. Bei der Freilegung der Ruinen kommt eine fast drei Meter dicke Schlammschicht zum Vorschein, die ins vierte Jahrtausend vor Christus datiert. Doch seine Vermutung bleibt Theorie. Die Ablagerungen sind nur in Ur- und der näheren Umgebung zu finden. Vergleichbare Schlammschichten in anderen Städten stammen aus unterschiedlichen Zeithorizonten. Sämtliche Überschwemmungen sind demnach lokale Ereignisse, ausgelöst durch Euphrat und Tigris. Aber kann es eine weltumspannende Flut überhaupt gegeben haben? Glaubt man der Bibel, kam das Wasser vom Himmel und aus der Erde und soll bis zu den höchsten Bergen gereicht haben. Doch würde man alles atmosphärische Wasser der Erde gleichmäßig über die gesamte Erdoberfläche verteilen, würde das Wasser gerade mal eine Schicht von etwa drei Zentimetern bilden. Eine globale Flut, allein durch Regen, ist also unwahrscheinlich. Im Erdmantel aber gibt es ein gewaltiges Wasservorkommen, gebunden im Mantelmineral Ringbudit. Schätzungen zufolge könnte dort dreimal so viel Wasser wie in allen Weltmeeren zusammengespeichert sein. Doch all das Wasser aus dem Erdmantel zu lösen und wieder dorthin verschwinden zu lassen, wäre wirklich nur durch ein göttliches Wunder möglich. Wissenschaftlich betrachtet kann die biblische Sintflut nicht stattgefunden haben. Man muss also herausfinden, wo der Mythos herkommt. Eine Spur führt zu einem Naturereignis, das tatsächlich weltweite Folgen hatte. Das Ende der letzten Eiszeit, als noch weite Flächen der Nordhalbkugel von Gletschern bedeckt waren. Vor über 20.000 Jahren sind in den Eisschilden gewaltige Wassermassen gebunden, weshalb der Meeresspiegel auf etwa 120 Meter unter dem heutigen Stand liegt. Die Welt sieht damals völlig anders aus. Die Nordsee ist trocken. Europa mit Großbritannien verbunden, Nordamerika über eine gewaltige Landbrücke mit Asien. Weite Gebiete Indonesiens hängen mit Malaysia zusammen. Die Landmasse der Erde ist um etwa 20 Millionen Quadratkilometer größer als heute. Das entspricht etwa der sechsfachen Größe von Indien. Das Hauptproblem für die Menschen ist aber nicht nur die Kälte, sondern auch die extreme Trockenheit. Da der arktische Eispanzer auch Wasser aus der Atmosphäre bindet, fällt kaum Regen. Die Böden sind knochenhart und wo das Eis endet, erstrecken sich karge Landschaften. Die Erde zeigt sich von ihrer lebensfeindlichen Seite. Doch es gibt auch klimatisch gemäßigte Refugien. Eines ist das fruchtbare Schwemmland am Persischen Golf im heutigen Irak. Schon in der Eiszeit eine grüne Oase. Auch die Bibel rühmt die paradiesische Region. Womöglich diente sie sogar als Vorlage für die Beschreibung des Garten Eden. Das Schwemmland am Meer bildet die Spitze des sogenannten fruchtbaren Halbmond. Eine rund 3000 Kilometer lange, mondsichelförmige Fläche zwischen dem Irak und der südlichen Türkei. Das älteste Agrargebiet der Erde. Vor etwa 11.000 Jahren setzt dort ein allmählicher Wandel ein. Aus Jägern und Sammlern werden sesshafte Ackerbauern und Viehzüchter. Sie beginnen Häuser zu bauen und Vorräte anzulegen. Im fruchtbaren Halbmond vollzieht sich ein Umbruch, der die Welt für immer verändert. Die sogenannte Neolithische Revolution. Befeuert wird der Prozess durch eine globale Klimaänderung. Sie bedeutet das Ende der Eiszeit. Die Sonneneinstrahlung nimmt zu, die Temperaturen steigen, das Eis beginnt zu schmelzen. Eine stabile Warmzeit setzt ein. Immer mehr Wasser verdunstet und steigt auf in die Atmosphäre. Die Folge sind reiche Niederschläge. Die Natur erholt sich, das karge Hinterland blüht auf und überall, auch abseits der fruchtbaren Refugien, entstehen ideale Lebensräume. Aber der Klimawandel bringt auch existenzielle Probleme mit sich. Das Wasser in den Eisschilden löst sich und wälzt sich über die Landmassen in die Ozeane. Die weltweite Folge, ein steigender Meeresspiegel. Das gilt auch für den Persischen Golf, mit verheerenden Folgen für die Bewohner der Region. Ihre Heimat ist vom Untergang bedroht. Noah? Der Meeresanstieg des Persischen Golfs vollzieht sich in mehreren Etappen. Ab etwa 12.000 vor Christus schiebt das arabische Meer zunächst nur geringe Wassermengen durch die Straße von Hormuz. Im Laufe der nächsten Jahrtausende aber dringt immer mehr Salzwasser in das Gebiet. Bis etwa 4.000 vor Christus wird das Land am Persischen Golf überflutet. In der Urangst des Menschen, den Naturkräften zu unterliegen, sehen Forschende das Motiv für die Geschichte der Sintflut, wie sie in den Epen aus Mesopotamien oder in der Bibel erzählt wird. Doch die Flutung des Persischen Golfs kann man nicht als Sintflut bezeichnen. Wo sonst aber könnte während der großen Eisschmelze das Ereignis stattgefunden haben? Die Suche führt ans Schwarze Meer. Ein Binnenmeer, das von vielen Flüssen und dem Salzwasser des Mittelmeers gespeist wird. Die Verbindung zwischen beiden Meeren stellen das Marmara Meer und der Bosporus her. Heute besteht das Schwarze Meer überwiegend aus Salzwasser. Doch das war nicht immer so. Vor einigen tausend Jahren war das Gewässer ein reiner Süßwassersee. Die Frage, wann und wie sich der Übergang von Süß zu Salzwasser vollzogen hat, veranlasst zwei Amerikaner zu einer aufsehenerregenden These. In den 1990er Jahren verkünden Walter Pittman und William Ryan, dass die Sintflut am Bosporus stattgefunden habe. Etwa 7500 vor Christus, so ihre Annahme, ist das Schwarze Meer noch vom Mittelmeer getrennt. Das Mittelmeer steigt durch die Eisschmelze an, das Schwarze Meer nicht. Es liegt abgeschottet hinterm Bosporus, einer Art Staumauer. Rund 2000 Jahre später beträgt der Unterschied zwischen den beiden Wasserpegeln über 100 Meter. Die Flutgefahr, die damit vom Mittelmeer ausgeht, haben die Bewohner am Schwarzen Meer vermutlich nicht erkannt. Das milde Klima macht die Ufer des Süßwasserreservoirs zu begehrten Siedlungsplätzen. Forschungen haben ergeben, dass die ersten Ackerbauern, die in Europa Fuß fassen, Migranten aus den Gebieten des fruchtbaren Halbmonds sind. Wie das Mittelmeer etwa 5500 vor Christus übergelaufen sein soll, dafür haben Pittman und Ryan ein Szenario entwickelt. Durch den Druck des steigenden Wassers auf den Bosporus kommt es zum Durchbruch. In einem Schwall ergießen sich erste Wassermassen in das Schwarze Meer, anfangs durch eine schmale Rinne. Durch die unbändige Kraft des Wassers wächst sie zu einer gewaltigen Schlucht. Mit der 200-fachen Wucht der Niagara-Fälle sollen die Wassermassen dann in den Süßwassersee gedonnert sein. Wie ein gewaltiger Tsunami unter ohrenbetäubendem Lärm. Als Folge, so die Vermutung, tritt das Schwarze Meer in rasender Geschwindigkeit über die Ufer und zwingt die Menschen zur Flucht. Die biblische Sintflut am Schwarzen Meer. Die Theorie der Forscher klingt perfekt, aber Wissenschaft braucht Beweise und findet sie am Meeresgrund. Im Bremer Zentrum für Marine-Umweltwissenschaften Marum lagern über 154 Kilometer Bohrkerne. Millionen Jahre Erdgeschichte, sorgfältig nummeriert und in Regale geschichtet, darunter auch Proben aus dem Schwarzen Meer. An dem Wurken des Schwarzen Meer sehen wir, dass ganz lange wir nur Mikrofossile finden, die Süßwasser anzeigen. So, das heißt, dass das ganze Schwarze Meer ein Süßwassersee gewesen ist. Aber irgendwann sehen wir plötzlich, dass da Salzwasser, Fossilien von Salzwasserarten da reinkommen. Heißt, es muss da Salzwasser reingekommen sind. Und das sieht man so graduell passieren. Immer mehr und die Süßwasserarten werden etwas weniger. So, man sieht, dass es langsam versalzet ist. Eine langsame Versalzung des Schwarzen Meeres spricht nicht für eine biblische Sintflut. Dennoch lässt sich nicht ausschließen, dass die Siedler wegen des stetig steigenden Wasserpegels in Not geraten sind. Wenn sich hinter dem Bibelmythos tatsächlich eine vorzeitliche Flutkatastrophe am Schwarzen Meer verbirgt, dann lassen sich dort vielleicht noch Siedlungsspuren entdecken. Das herauszufinden, hat sich das Black Sea Maritime Archeology Project zur Aufgabe gemacht. Drei Jahre lang untersucht ein internationales Forscherteam den Grund des Schwarzen Meeres. Ausgestattet mit dem besten Unterwasserequipment, das es zurzeit gibt, geht es in die Tiefe. Auf der Suche nach Spuren der Flutkatastrophe werden auch versunkene Küstenstreifen erforscht. Doch sämtliche Funde passen nicht zur Flutungstheorie. Was die Forscher aber herausfinden, der Prozess, in dem das Schwarze Meer vom Süßwasser zum Salzmeer wird, beginnt viel früher als von Pittman und Ryan vermutet. Hinweise, die diese Erkenntnis stützen, haben Wissenschaftler im Norden der Türkei entdeckt, in der Sofula-Tropfsteinhöhle, nur 20 Kilometer vom Meer entfernt. Seit vielen Jahren forschen dort Dr. Dominik Fleitmann und sein Team von der Universität Basel. Die Paleoklimatologen nutzen Tropfsteinhöhlen als natürliche Klimaarchive, um klimatische Auffälligkeiten in den unterschiedlichen Erdzeitaltern zu rekonstruieren. Die Experten konnten bereits nachweisen, dass Stalagmiten genauso präzise Informationen liefern wie Eisbohrkerne aus Grönland oder der Antarktis. Zurück in Basel wird das Fundstück aufgesägt. Am Verhältnis von Sauerstoff- und Wasserstoffisotopen in Wasser und Kalk können die Experten genaue Aussagen über die Wetterlage am Schwarzen Meer treffen. Im Tropfstein gespeichert ist auch das Wasser von 5500 vor Christus, das über dem Schwarzen Meer verdunstet und als Regen niedergegangen ist. Die Frage lautet, ob das Binnenmeer damals, wie von Pittman und Ryan behauptet, sindflutartig über die Ufer getreten ist oder nicht. Gab es damals viel oder wenig Niederschlag? Um die Regenmenge zu ermitteln, wird der Tropfstein in kleine Stücke zerteilt und anhand seiner Jahresringe fein säuberlich nach Jahrhunderten und Jahrtausenden sortiert. Das Team wählt den Zeithorizont von 7500 vor Christus und legt ihn damit deutlich vor die Datierung von Pittman und Ryan. Im Massenspektrometer wird die Probe unter enormem Druck gepresst, um das Wasser im Tropfstein herauszulösen. Sollte gleich ankommen, das Signal. Jetzt geht's los. Es geht immer weiter hoch. Ich glaube, so viel Wasser hat man selten. Schön, ne? Ja. Die Daten offenbaren, das Schwarze Meer hat schon vor 9500 Jahren seine heutige Größe erreicht. Und noch eine spektakuläre Erkenntnis liefert die Untersuchung. Unsere Daten aus dem Tropfstein, aber auch andere geologische Daten zeigen ganz deutlich, dass es vor 9500 Jahren einen Ausstrom an Wasser aus dem Schwarzen Meer ins Mittelmeer gegeben hat und nicht umgekehrt. Verantwortlich für die Ausdehnung des Schwarzen Meeres ist das Schmelzwasser der Gletscher, das die großen Flüsse herbeiführen. Ein Prozess, der wahrscheinlich schon ab 15.000 vor Christus beginnt. Der Meeresspiegel steigt, bis das Wasser ins Marmarameer überläuft. Als das Mittelmeer Jahrtausende später ebenfalls ansteigt, durchmischen sich die Meere. Dieser Prozess hat sehr lange gedauert, bis wir quasi das Schwarze Meer komplett umgewandelt haben in ein brackisches Meer, wie wir es heute kennen. Denn man muss sich vorstellen, das Schwarze Meer ist ein riesiger Wasserkörper und wir haben nur den Zustrom durch diesen relativ engen Bosporus. Es ist so, als wenn man einen Pool auffüllen möchte mit einem Gartenschlauch. Es dauert einfach lange. Und so muss man sich das vorstellen, dass dieser Prozess über 2.000 bis 3.000 Jahre angedauert hat, bis diese Wassermaschen sich komplett ausgetauscht haben. Damit ist die Pitman-Ryan-Theorie, das Mittelmeer durchbricht den Bosporus und überflutet das Schwarze Meer, wissenschaftlich nicht länger zu halten. Gesichert ist aber, mit der großen Eisschmelze steigt der Meeresspiegel weltweit um 120 Meter an. Überflutungen sind die Regel. Das Schmelzwasser trennt Europa von Afrika, Japan wird zur Insel, genauso Indonesien und Australien. Nordamerika wird von Asien abgeschnitten. Die Erde verändert ihr Gesicht. Die globale Erderwärmung schreitet unaufhaltsam voran. Natürlich macht sie auch nicht Halt vor den Unmengen von Wasser, das noch im Eis gebunden ist. Wissenschaftler haben berechnet, was passiert, wenn das Gletschereis an den Polen komplett schmilzt. Ein Anstieg des Meeresspiegels um weitere 65 Meter wäre die Folge. Klimaschwankungen hat es in der Vergangenheit immer gegeben. Wir haben Eiszeiten, wir haben Warmzeiten. Das sehen wir auch in unseren Proben, in unseren Stalagmitendaten. Allerdings haben wir zu keiner Zeit eine Periode gehabt, in der das Klima so abrupt, so rasch sich geändert hat. Und vor allen Dingen sehen wir auch eine Änderung, die wir so aufgrund der natürlichen Klimaschwankungen nicht erwarten würden. Wir würden eigentlich erwarten, dass es ein bisschen kühler würde. Und wir sehen da genau das Gegenteil. Das heißt, unsere Daten zeigen ganz deutlich, dass der heutige Klimawandel menschengemacht ist. Eine große Eisschmelze hätte im 21. Jahrhundert weitaus gravierendere Folgen als in grauer Vorzeit. Megaüberschwemmungen würden Küstengebiete und Flusslandschaften einfach überrollen. Aber Millionen Menschen könnten gezwungen sein, ihre Dörfer und Städte zu verlassen. Außer der Mensch stoppt die Entwicklung, damit nicht eine neue Geschichte der Sintflut erzählt werden muss. Und was meint ihr? Erwartet uns eine neue Sintflut oder können wir die Entwicklungen noch aufhalten? Schreibt es uns in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und ein Like.